Bananen Auch keine Melonen Das ist ein Citan von hier Ich hab mir lacht Schlauwer und Paar Ich hab mir lacht Ich hab mir lacht Auf Christen Bananen Bananen Holland geht von hier Schlauwer Bich Gehe Zubbrechen Ich bin nass Ich bin nass Ich bin nass Ich bin nass Das ist ein Täter Ich bin nass Ich bin nass So wie ich weiß, wo du dir Beuys keine Flauheit in der Vorkang erschienen. Die Handlung mit Zekreden, die grüße ich ja die Krüterin, ne? Das kann man verstehen. Unsere Stadtfiguren wie oben in Samoa. Ich will die Proposition selbst, was wir Ihnen können bieten. Eigentlich handelt es nur um einen kleinen Gefallen. Einen Gefallen, großen Gefallen, ach, kein Wort. Der Langsautor mit dem Griff ist eingefährt von der ostlandischen Polizei. Was ist Grund? Der Brechtag hat meine Kuckuck-Sohn gestolzt. Sie wollen Kuckuck-Türke haben? Die Handlung hat. Sie wollen dies noch verpflichtend. Unmöglich. Wir können nicht hineinmischen in Angelegenheit von Superlena Republik von Ostdeutschland. Ein perfekter Handlung. Gehen wir hier drauf. Warten Sie mal, Russo Eilig, warum ich nicht gebe meine Chance? Dies altes lusische Sprichwort. Mit Tränen in Holz enttäuschen, du kannst dich mit dem Kuh. Herr Robert! Wodka! Kenia! Herr Kepilmeister! Mehr Rappetum! 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 Musik Wollen Sie das russische Automobil? 1961, Tovarich, Hartmann, Capriolet, zwei Auskunft! Meinen Sie etwa den alten Zapperkasten da draußen? Das ist die wundervolle Fahrt! Ist die Dauerpunkt hier auf 137 nach! Hör mich ohne zu sagen! Musik 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 Wir geben Sie chinesische Zigaretten. Ein wenig bereit. Und die ganze Druckburt? Bisse oder nichts. Ich weiß was. Wir haben noch massenvolle Stück von amerikanischer Pizze, die Leute auf 31. Es ist fünf Uhr und wir sind noch kein Schreckreich. Ingeborg, ziehen Sie nicht die Schuhe. Eine Minute. Die Krupp-Aparenz. Bevor wir abschließen, halten Sie. Wir wollen ins Spektoren. Pflegeweite. Da. Also, was sollen wir jetzt machen? Herr Krapes, wir wollen. Sollen wir annehmen, dass wir am brestabischen kapitalistischen Handeln für abschließen? Ja, ich sehe Sie. Also zwei und drei. Haben Sie in Ordnung? Genossen, bevor Sie immer dumme, ich muss warten. Ich bin nicht Mitglied von Handelskommissionen. Ich bin im Geheimagent mit dem Auftrag, ich bin überwassen. Ich bin falsch immer noch. Aber ich sage ja. Wieder zwei und drei. Haben Sie in Ordnung?